Okidoki Nach Sekirei spiele ich jetzt das hier Weil das Spiel ist echt voll schwer, man Ich versuche es jetzt schon mit Maus und Tastatur zu spielen, aber das ist auch so, ey, man Ganz ehrlich Ist echt voll schwer das Spiel, man Schwerer als ich dachte, ehrlich gesagt Also da braucht man auf jeden Fall eine Menge Geduld Dazu kommt noch, dass man immer überall die Hälfte verliert Naja, ist jetzt auch egal Also hat deine XP und Geld So, kommst du nie voran Weil du wirklich voll oft stirbst Zock mal ein bisschen Tag auf Meine Box drauf habe ich auf jeden Fall Zurück gab es wohl noch nichts Der Postschirm Scope hier haue ich runter Warte mal Zock 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 mal Bier Sobald das ich so verreckt bin, man. Aber ich spiele schon geile Zeit richtig schwer. Ich warte bis zwei oder zweieinhalb, dann scheiß ich drauf und gehe gleich mit meinem Pimsi rein. Ich habe mir anders überlegt, ich habe keinen Bock so lange zu warten, Mann. Ich spiele gleich mit dem Pimsi rein. Oh Gott, ähm, jay, jay. Jey! 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. What? 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 Okay. Er hat mich gut abgefuckt, alter. Holy shit, alter. Ja. Ne, Herr KZ, ich nicht kenne, das ist so ein Bullshit, man. Ich will schauen, ob ihr Metz dabei habt. Ja. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war praktisch ein Käfig gerade, Mann. Ich frage mich, ob es der andere Spieler als Garf reingeschafft hat, Mann. Dude, ich weiß nicht, ob ich den noch weiterkämpfen soll oder einfach gehen soll, Mann. Was, ich weiß nicht, ob du einen Buss in die Buss zu holen hast? Schalava! Ach, du sch***! Gehen kommt. Was? Lava kein Scheiß, das ist jetzt nicht ernsthaft passiert man gerade. Lava kein Scheiß, das ist jetzt nicht ernsthaft passiert. Er hat ne Gen 4 am, also das hat mich jetzt fast gefickt man, selbst mit BP hab ich ein ganzes Magazin gebraucht um ihn umzubringen, alter. Ich dachte er hat ne Altino an, deshalb wollte ich ihn nicht in den Kopf schießen. Ja die ist tot for sure, ich hab sie total niedergemacht. Ganz tot, ich bin voll. Die Waffe ist auch gut. Oh, den Boss hab ich ganz vergessen man. Was benutzt denn der? Ein Bitcoin. So ein Ding hab ich schon seit Jahrzehnten nicht mehr gesehen. Ja scheiße man, ich hab jetzt echt andere Probleme hier man. 30, was ist mit denen los? 65.000 hatten die schon dabei insgesamt. Mein größtes Problem ist grad, dass ich nicht genug Platz hab man. Die Morphe, die alleine die Salivas werden mir ein Vermögen einbringen. Ich hab überhaupt mal scheiß auf seinen Doctacker, ey. Was nimm ich mit? Gott. Ich hasse es voll zu sein. Die bringen mir gutes Geld man. Alle Deeschan werden mir 50.000 einbringen. Scheiße auf die hier, ich nehm die hier. Ja ok. Der andere ist sicherlich als Skarsspieler drin, das macht mir grad Sorgen. Ich hab vergessen mein Chef zu heilen. Oh fuck. Ich hab vergessen mein Chef zu heilen. Ich hab für den mein Stück candy das ist sicherlich als mein Chef. Jetzt klatschen die ich lauf komplett aus normen sicher also ich muss nur echt aufpassen weil mit dem helfen hast du gar nichts mehr krasser gleich erste runde wurst war da scheiße wie geil ist das ich hätte wenigstens mitnehmen sollen tun wir mit dem helm am v-kommissionen 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020